Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu einer neuen Runde und ich sehe gerade, ja. Die sind Elektro-Geladene. Elektro-Geladene, aber wir schaffen das trotzdem irgendwie. Elektro-Pfeil. Oh, äh, warte mal kurz. Ich glaube, da wird es langsam doch, äh, eventuell Not, wenn man die hier... Nee, eventuell Not, wenn ich die, ähm... Level 1, Level 1 und hier haben wir Level 2. Ähm, ich speichere mal kurz Quelle von Ranelle, die Ranelle, die Tanelle. Ähm. Okay, du bist, äh, ich muss fortan hier. Okay, im, im Ding jetzt bleibt es hier stehen. Das bringt alles nicht hier. Wir müssen einfach, fickt, nochmal rennen hier. Elektro-Pfeiler, die Arschdinger, ne? Shit! Wir sind tot. Was würden die besiegen alle? Ein nach dem anderen, also vorher Schritt, 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 oder was? Keine Ahnung. Wir haben gespeichert, daher... Ich glaube, wir haben da noch nicht... Ach, gut, ich dachte jetzt irgendwie, das Problem würde abbrechen. Äh, wenn du wenig Herzen hast, oder ein König oder ein Träger, solltest du die Feinde besser nicht frontal angreifen. Also nicht gegen, genau, mit Schwert drauf los und Ende aus. Sondern ein bisschen was anderes. Achso, okay, wir sind trotzdem hier. Trotzdem, alles trotzdem, okay. Das ist eigentlich so gesehen ein bisschen mies. Ähm, machen wir kurz. Wir haben ja hier... Erstens einmal das Ding hier. Zweitens einmal den Bogen hier. Okay, also Elektro gegen Elektro funktioniert. Exal-Bog-Boom-Aaah. Eigentlich nicht im Wasser stehen, das wäre so gesehen, ähm... Tödlich. Okay, das du hoch nicht machen. Sehr klug von mir, sehr klug. Weg, 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 weg. Ich speichere mal eine Runde hier, weil das wird mir noch ein bisschen zu... zu viel hier. Ähm... Was? Oh. Wenn wir nirgends ins Wasser stehen, dann wird das schon gut. Weg, 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 weg. So, sehr gut. Wieder Holzpfeile. Wie können wir die elektrifizieren? Geht das überhaupt? So, nein, aber wirklich, wenn wir jeden hier jeden, 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 jeden speichern, dann ist es offenbar... Dann ist es wirklich gut. Ansonsten sind wir hier doof dran, denn da haben wir noch zwei hier, oder? Oh, Elektro-Pfeil. Nicht vergessen. Oh, okay. Hier ruckelt es ein bisschen, ne? Er ist ja... Oh, was war das hier? Okay, wir haben wieder... Holzpfeile bis zum geht nicht mehr. Was machst denn du? Ich hoffe mal, dass die Herren und Damen nicht wieder andere rufen können, ne? Das wäre wirklich, wirklich sehr, 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 sehr doof. Wenn die anderen Herren, die hier gerade eine Runde geschossen hatten, andere nochmals rufen können. Okay, Speicherstand ist... Okay, gut. Das ist wahrscheinlich eine der größten Sachen, die sind hier umgangen worden. Eventuell reicht das noch. Ich habe gar keine Ahnung, ob das wirklich hier ausreicht, um irgendwas noch zu reißen. Irgendwas noch hier in der Runde wieder zu metzeln. Aber offenbar, ähm... Joa. Wie geht das? Wir nehmen ja jedes Wasserding auseinander. Also, um... Was ist denn das? Okay, hier hat nichts gebracht, daher... Froggy. Frog, McFroggy. Hey! Hey, hier bin ich. Hier. In der Wasser. Tut mir leid, dass ich dich so über Distanz anschreie. Bis zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Ich weiß, ich habe leicht Schwimmen hier im Fluss. Aber mit Danken kämpfe ich mich mit dir den Weg hindurch. Nur nicht zu verzagen, mein Freund. Nämlich Opa fragen. Du schaffst das. Na gut, wenigstens das immer wieder ein Zuspruch. Einen Zuspruch von den guten Helgen und Damen. Ich habe aber schon was gesehen hier. Ein Feuerstein. Oh, das geht... Oh, das geht... Eigentlich können wir uns ein Pferd hier durchleiten. Den können aber da gut. Elektro-Fledermaus. Den haben wir, glaube ich, schon einmal, aber... sind wir gleich krepiert, nehme ich mal an. Das geht doch recht gut. Äh... Da noch? Okay, da war ein bisschen zu weit. Was? Ne, unser Wuderbogen. Okay, hauen wir uns anzige ohne, äh... Ohne Anziehungskraft von magnetischen Sachen. Geht auch gut, ne? Ein Burnstein und ein Opal. Ein paar Fledermaus-Dinger hier. So viel kriegen wir nie zusammen. Selbst wenn wir irgendwas machen hier. Übrigens auch. Man sieht's ja, was... Okay, was haben wir noch so für... Okay. Ein Busch. Im Busch können wir noch eine Runde säbeln. Aber als andere ist es nicht zu gebrauchen. Ist nicht ein bisschen doof, also war ja gut. Speicher angeflossen. Ich sperre schon wirklich gern. Oh. Wenn möglich. Ja, ist es auch noch. Ein Stück. Ich glaube, ein Riesenstück. Da hat mir, glaube ich, irgendeinen Umweg oder so gezeigt. Teilweise frage ich doch. Das waren aber Explosive. Oh. Hey, ihr habt Lundsen hier. Hier gehen wir so auf den Keks. Hier könnt ihr eine Runde Aschen scheißen hier. So, meine Güte nochmals. Für den kriegen wir immer Holz. Weil haben die also irgendwie... Oh, was ist das überhaupt für einer? Fünf. Okay, ein blauer ist fünf. Ich kenne mich da wirklich noch nicht so gut aus. Aber wirklich gar nicht eigentlich so gesehen. Ist hier irgendwie schon ein bisschen... Wie sagen wir mal so? Ein bisschen erschämen, wenn ich so sagen darf. Dass wir nicht... Nichts kennen. Äh... Naja. Unser Holzpeil wieder. Ein Grillwild, das wir eigentlich gefuttert haben. Letztens. Aber somit wiederbekommen haben. Die kriegen wir eventuell wieder Pfeile her. Ähm. 104. Das ist eine Ansage. Mach ich mal sagen. 104. Ein Röstbarsch. Guck mal, kann man ja auch so rum annehmen. Okay. Cool. Röstbarsche. Immer wieder gerne. So. Haben wir hier irgendwie noch was im... Im Gefilde hier rumfliegen. Schleichglöckchen. Ja, guck mal. Wirklich ein Schleich hier. Da merkt man nicht, dass es hier irgendwie... Vorhanden ist. So. Jetzt glaube ich, das Ding ist da oben. Aber ich glaube, es ist da oben. Ohrenbrücke. Am Schluss müssen wir hier aber nur... Ähm... Töten. Hey, Link. Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ach, richtig. Da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Aber es wäre ja gelacht, wenn du dich von... Es hätte es aufhalten lassen würdest. Ich glaube nicht, Link. Ach, du Schande. Ich glaube, der hat ein Problem mit uns. Ich glaube, irgendwie... Ach so, die Dinge natürlich. Shit. Immer haben die... Die haben immer Pfeine dabei. Das finde ich gut. Die haben immer Pfeine dabei. Oh. Wir könnten sogar hier... Komm, machen wir hier gerade eine Runde. Also, wenn wir nicht doof sind, dann... Ähm... Genau. Wie doof kann man nur sein. Sorry, aber ich bin es wirklich teilweise. Kochen. So lassen wir jetzt von dieser... Von dieser Sache aus. Boom. Drum, rum, 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 rum. Das ist ja der gute Ding. Irgendwo Fleischspieß oder so. Und Fleischspieß. Hab ich doch gewusst. Was ganz normales Irgendein Gemüse-Kack-Dingens Oh, Schafes Das hat sogar Aus irgendeinem Grund Kälte-Resistenz, ist natürlich klar Hyrule-Grass, ich weiß nicht, wer das gut ist Hab's nicht gelesen Müsste man eigentlich, klar Dampfobst Ein regionaler Spezialität für die Obst Von der Forschungerei von Platte hier Offenbar Gut, was sie gerade gemacht haben Oh, mit dem Steinkum war wirklich gut anfangen Nee, ich glaub nicht Irgendein Pilz-Kack, er wird doch schon sein hier Irgendwas mit Pilz wird es uns ergeben Pilzspieß Elf 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 What the fuck Zwölf Das ist ganz billig ist, aber Zwölf Herzen Gericht für zwölf Herzen Das ist schon enorm 5, 6, 7, 8, 9 Okay, 9 Das ist enorm Wir haben Drei Seiten Mit Futter Also 2, 1 Komm, wenn wir schon hier sind Dann machen wir gerade alles Also Wenn wir Ich bin ja nicht doof Oh, mit dem was kleine Gericht ist natürlich gut für den Was Ist irgendwas Gutes? Warum? Ich will nix Gutes, hab ich mir was kleines Aber so 2, 3 Herzen Aufwühlt mir ja nicht Aber es ging offenbar nicht hin Nicht doof, der Naja Oh, vier Herzen Oh, cool Wieder was kleines Das ist aber wieder wunderschön Meine Freunde, ich muss mal sagen Wir sehen uns wieder am nächsten Mal Denn Die Zeit ist fortgeschritten Wir haben gekocht Und beim nächsten Mal Schreiten wir den Pfade weiter Wenn es heißt Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Und at was